Jo, okay. Alles was geht. Das ist so cool. Einer. Und langs. Ja. Ja. Oh man, die Interzahl schnell in den Sekunden. Fuck. Ich muss es besser. Verlassen. Mein Fahrrad hat den Boden abgehöhlt. Jo, Alter, hast du schon? Keine Frage. Ich habe noch 10. Nein. Fuck. Dann hängt mich schon ab. Ja, ich sehe nicht raus, wenn ich auch rum bin. Raus. Nein, 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 ich habe noch einen Liedersack. Nein, verdammt. Scheiße. Jetzt hängt es jetzt. Warte, ich komme jetzt raus. Jetzt hängt alles an. Na ne, komm hier. Pass auf. Pass auf. Jetzt pass auf. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Scheiße aus? Alter, was ist denn? Was ist denn? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Nein, das wäre dann... das wäre dann so... So, weiter in der Position ist der Weg, das ist ja, das ist schon mal auf der Seite. Und dann ist der Fall. Oh, okay. Okay, wir talen nicht mehr. vielleicht schafft es auch einer jetzt mal hier raus komm Peter meiner schafft es auf jeden Fall meiner? was ist deiner jetzt? meiner kommt schon in den Scheißberg hier hoch ja, dann kann ich noch nicht mehr sein wie die Motoren sind zum Arsch weiter jetzt komm komm Ich bin noch da. Leute, ich komm nicht vor und nicht zurück, alles darf nicht wahr sein. Jetzt zieh ich mich einmal rein. Das will er nicht mal. So, mach mal Platz hier, der Fabo kommt. Drück mich mal hoch hier. Kommst du? Ah, da ist ja genau nicht. Ah, ja. Ich bin schon hier mitgehalten. Das Problem ist, ich komm nicht wirklich zurück. Jetzt geh mal weg. Ah, jetzt geh da was. Jetzt geh mal weg. Ah, jetzt geh da was. Jetzt geh mal weg. Jetzt geh mal weg. Jetzt geh mal weg. Wieder quer mit meinem Stamm. Und überhetzt sie sich. Geht alles. Geht alles. Ich bin oben. Ich hab's nach oben geschafft. Ich hab's mit meinem Stamm. Ja, ja, es sind. Das ist super. Ich bin oben. Ich bin oben dran. Und hier habe ich den Knack. Ich bin oben dran. Es ist ein bisschen dran. Aus, ich bin oben dran. Ich bin oben dran. Nee, Alter, vergiss das. Aber wir haben noch gar kein Zug auf die Bergstätte gerade. Ja, ach! Ja, wo ist denn dein Buch? Der kommt jetzt auf. Kannst du auch mal einen raus? Steig mal in deinen Arm. Ich kann eben raus. Ja, irgendwas. Sag Bescheid, wenn du mich am... ...vermerkst. Ja. 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 Bitte. Bitte, bitte, bitte. And... ...gleich. Warte... ...muss grad einmal drehen. Ja. 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 Ich will alles ihm zugunahe auch nicht Da muss ich den mit aller Gewalt hier hochziehen Ja 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 Genau! So sieht komplett angehobe. Scheiss. Oh nice. Nice, nice, nice. Ich muss noch ein Stück weiterziehen, sonst steh ich in Rotkreis. Muss man die Winde kurz spielen. Ja, okay. Nice. Boah, nice. Jetzt holt er einen Schlepper und dann und es ist ja wohl der Kurs. Es ist ja furchtbar.